Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of 1.4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem faschistischen Italien. Und im letzten Teil haben wir große Teile Südamerikas erobert. Wir bauen das noch ein klitzekleines bisschen aus. Wir werden noch ein Kriegsziel auf Ecuador rechtfertigen. Und wir werden noch ein Kriegsziel auf Bolivien rechtfertigen. Auf Uruguay übrigens auch noch. Da wissen wir, dass die Schweden das Ding garantieren werden. Jetzt müssen wir gucken. Paraguay bitte auch noch. Die will ich gerne noch im Krieg mit drin haben. Haiti übrigens auch. So, wir sollten mal schauen. Dir könnten wir doch ein bisschen was an Ausrüstung schenken, oder? Guck mal gerade, das passt nicht mehr in deinen Transporter. Komm, da kriegst du mal 350 Feuerstöcke. Gehen wir das mal weg. Ich finde das jetzt gerade merkwürdig. 1 4 0 9 4 6. 1 4 0 9 4 6. Oh, okay. 1 4 0 9 4 6. Okay, das geht nicht. Dann. Ja, doch. Das ist richtig. Ich schicke dir das mal. Jetzt sag bloß, weil wir im Krieg waren, Tatsache. Brauchte ich hier keine Transporter aufzuwiegen. Das ist ja mal heftig. Warte mal, wir haben uns in Zeit einen Vorratsüberschuss von 200.000. Interessant. Okay. Oder weil wir eine Landbrücke haben, brauchen wir keine Transporter? Könnte auch sein. Wir haben einen direkten Weg. Nee, wir haben keinen direkten Weg von der Hauptstadt rüber. Interessant. Also wenn es geklappt hat von mir, ist gut. Wir haben noch unsere Transporter über. Merkwürdig. Aber ich beschwere mich nicht. So. Guck mal gerade hier. Die sind wahrscheinlich... Die sind ein bisschen zu groß. Das könnte... Naja, da würde wahrscheinlich Chile einfacher gehen. Uhlalalala. Naja, wir müssen mal gucken. Die Kaffee-Diebe. Wir sorgen in Afrika für Verschleiß. Weil der Giovanni darüber will. Angriffspläne ohne Dingens. Oh, 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 oh. Moment mal. Warum sind hier denn keine Einheiten zugeordnet? Eine gar merkwürdige Konstellation. Jaja, bitte schnell. Die sind doch gerade gelandet, Leute. Da können wir nicht... Das können wir hier... Da können wir nichts anbrennen lassen. Ja, das Dumme ist jetzt... Ich werde ein Problem kriegen, weil ich Elsa Waldo nicht den Krieg erklären kann. Da wird mein Vertrauen sinken und so. Das ist kacke. Kleine Unterbrechung. Sorry. Es wurde in einem... Vorangegangenen Let's Play erwähnt. Das hat da einer von euch netterweise kommentiert. Dass ja jetzt eigentlich alles gelaufen sei. Ich würde es noch nicht ganz so einfach sehen. Also wir haben ja schon so ein... Hegemoni... So eine hegemoniale... Überdehnung würde ich mal sagen. Warum dauert das in Ecuador länger? Bist du einem Lager beigetreten und wenn du das mitgekriegt hast? Nee, ne? Das ist ein bisschen komisch. Äh, nee, das meinte ich jetzt nicht, ne? Hör mal auf. So, ich wollte dir den Krieg erklären. So. Das machen wir bitte noch schnell fix. Verbesserte Artillerie... Äh, verbesserte Ausrüstung ist gut. Wir haben den 1. Dezember 1940. Das Ding ist tatsächlich... Ich möchte gerne, wenn wir hier durch sind, ne? Die Ciclone-Klasse. Stufe 3. Das ist doch super. Wollten wir nicht auch mal irgendwie so... Oh ja, besseren Jäger brauchen wir auf jeden Fall auch. Wir machen den besseren Jäger erstmal noch. Also wir haben uns ja schon sehr, sehr stark... Ja, überdehnt klingt jetzt halt auch wieder sehr, sehr krass. Aber, ähm, wir haben noch so... Wir arbeiten ja an verschiedenen Optionen, ne? Wir bauen hier eine Defensivanlage auf. Hier jetzt noch nicht so. Hier werden wir wahrscheinlich auch noch eine hinbauen. Und wir wollen es ja gerne so haben, dass wir uns jetzt die nächsten zwei Jahre gemütlich im Sesselchen zurücklehnen können. Und uns angucken, wie sich die Sowjetunion und, äh, Nazi-Deutschland die Köpfe einschlagen. Das ist ja zumindest so meine Überlegung jetzt gerade. Bolivien braucht das irgendwie rund noch länger. Aber du bist noch keinem Bündnis beigetreten. Wir müssen ja echt ein bisschen aufpassen. So, ich trau dem Braten da noch nicht so ganz, ne? 19. Dezember. Okay. Kubanische Reale denunziert. Okay, Ecuador hat kapituliert. Was auf jeden Fall gut ist. Schlage ich mal vor, dass du dich direkt darunter bewegst. Welche Ziele müssen wir denn jetzt als sehr, sehr klein? El Salvador geht nicht. 28. Dezember. Die Expeditions-Truppen, die brechen wir mal ab. Ich will hier nicht zu viel in die, äh, in die Reparatur stecken. Das machen wir gerade. Das gefällt mir nicht. Mehr Militärfabriken bitte. Ja, unsere Truppen sind jetzt so langsam hier. Was heißt die Marines? Ich glaube, ja. Wir haben gegen den Rechtwürdig und gegen, okay. Gegen Santa Cruz. Also, äh, das ist Bolivien. Was heißt die Insignia? Wir haben gegen den footstern. Ich bin nicht sicher. Lasst mal zur Überlaufen. Wir haben gegen die Reine. Jetzt. Wir haben gegen die Reine. Aber den meisten rollen. Ja, wir können jetzt auch. Ah ja, die libyschen Raffinerien, die gab es ja auch noch. Zum Erfurchtungsbundes für Konvoi-Eskorten. Ja, machen wir das auch. Also es ist jetzt, glaube ich, relativ, es ist nicht mehr ganz so wichtig, was wir da jetzt machen. Hör doch mal auf. Das Spiel startet halt immer sofort. Jetzt muss ich erstmal verteidigen hier, ne? Ist doch ekelhaft. So. Wie gesagt, Argentinien lassen wir noch außen vor. Weil wir das dieses Jahr nicht mehr hinkriegen werden. So, Giovanni, dann hau mal rein, zeig mal, was du kannst. Oder was deine Leute können. Ja, die rüsten auch krass auf. Die können wir halt nicht so einfach, äh, überrumpeln. Okay, wow, ich hab schon gedacht, die wären ja Kommentaren beigetreten. Das wäre nicht so günstig, weil dann würden wir halt einen Krieg mit denen heraufbeschwören. Ja, das bräuchte ich jetzt aber auch nicht mehr. Wäre noch eine Überlegung gewesen, ne? So, ich muss gerade überlegen, wir können einmal hier Invasion machen, einmal hier, ja? Ja, warte noch ein bisschen. Wir warten noch, bis die anderen Truppen hier in Position sind. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch ganz knapp hin. Äh, ich wollte es gerne noch vor Jahreswechsel haben. Das dumm ist, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, Havanna so leicht zu erobern. Haiti kriege ich hin. Ja, jetzt haben wir die Landungsfahrzeuge. Super, jetzt geht alles schneller, ne? Grrrr, okay. Äh, Perla-Klasse? Ich weiß nicht. Ich muss überlegen. Abruz-Klasse. Chiklone-Klasse. Ja, Soldat-Klasse können wir jetzt schon gar nicht mehr nehmen, ne? Also, da haben wir schon nichts mehr von der Marine-Doktrin. Noch eine bessere Luftfahrtunterstützung, sicherlich gut. Noch ein besserer Bomber, den können wir direkt auch noch mitnehmen. Wobei wir da noch nichts auf Luftfahrt geforscht haben, so großartig, ne? N40. Komm her, Freund. Also, ich kann ja jetzt auch, äh, mit, äh, mehr Leuten so eine Invasion vorbereiten, meine ich. Kann das sein? Weil wir haben doch jetzt hier diese, haben wir jetzt hier diese neuen schicken Befehle. Uh, da oben kriegen wir sogar ein bisschen auf die Mütze. Müssen wir mal aufpassen. Naja, komm mit, komm mit, komm mit. Greif an. Nimm alle Regimenter. Nimm, nimm, nimm das, nimm das Regiment, das du hast. Okay, gut. Oh, go ahead, kapitulier das, gut. Ähm. Klatschen hier noch mit rein. Das ist scheiße. Wir müssten eigentlich hier versuchen, eine Landung zu machen. Wir müssten in Buenos Aires eigentlich eine Landung versuchen. Aber wir sind auch schon so weit über der Zeit drüber hier. Also, das ist ja ein selbstgesetztes Limit, ne? Jetzt nochmal ganz wichtig hier, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Event, äh, vom Spiel. Sondern das ist ein, äh, Event, das ich mir hier selbst gesetzt habe. Ah ja, gut. Sehr schön. Ich überlege, äh, okay, jetzt hast du den weggemacht, oder wie? Nee, hast du nicht, gut. Ich hätte gerne den hier noch bearbeitet. Äh, keine Ahnung, sagen wir mal hier. Ja. Wobei, komm, lass den mal weg. Mach mir lieber einen neuen. Irgendwie so. Komm, das kriegst du auch hin, oder? Zwei Tage braucht er jetzt auch nur noch. Das ist schon ziemlich gut. Ja, ich muss die mal mit in den Krieg kommen. Es kann sein, dass das, äh, so gut geklappt hat. Paraguay hat auch kapituliert, sehr gut. Es kann sein, dass das so gut geklappt hat, weil ich auch nicht so viele Leute hier mit in den Krieg gerufen hatte, ursprünglich, ne? Okay, äh, hierhin. So, Giovanni, wir machen das jetzt ein bisschen anders. Nehmen wir bitte hier. Ich glaube, diese Frontlinie da, die müsste jetzt so eigentlich verschwinden, oder? Na ja, genau, lass es doch mal weg. Das wird, Argentinien wird auch noch mal extrem lange dauern. Wir haben ja jetzt, das Dumme ist jetzt hier, zum Beispiel, dass ich, ja, du hast dich halt nicht der, du hast dich noch keine Allianz angeschlossen. Militärischer Zugang mit Luxemburg, okay. Ja, das ist doch schon ganz gut. Ich glaube nur nicht, dass wir in Kuba so einfach landen werden können. Aber immerhin haben wir sechs Regimenter hier stehen. Kuba müssten wir eigentlich ganz gut kriegen, weil, oh ja, sehr geil, endlich der Nachtangriff. Halleluja. Denn Kuba ist ja einfach nur so ein Schlauch, ne? Da können wir, oh ja, du läufst halt genauso, wie du nicht laufen sollst. Wir wollen ja schon so über die gegnerischen Einheiten drüber rennen und in der Möglichkeit halt hier noch so ein bisschen Druck machen. Ja, okay, das sieht gut aus hier drüben. Schön. Als Donuf. Ach, schade. Ich konnte nicht landen. Äußerst schade. Gut, wir haben die Logistik drin. Das ist nett. Die Wartungskompanie brauchen wir jetzt auch für unsere Panzerchen. Das brauchen wir alles nicht. Äh, ich wollte gerne hier, wo ist das hier, ne? Ähm. Wenn ich dir die Logistikkompanie gebe, kriegst du weniger Organisation, weniger Moral. Du bist schwerer, was okay ist. Und du brauchst ein bisschen mehr Mannstärke, aber das ist okay. Das gibt man vor allen Dingen typischerweise solchen Landungseinheiten. Ich denke, wir müssten es eigentlich schaffen, einfach nur auch aufgrund der Tatsache, dass wir halt so eine wesentlich besser ausgerüstete Armee haben. Wir punchen jetzt hier so ein bisschen die kubanischen Truppen zurück. Wie wär's, wenn du mir die zwei noch da reinpumpst? Wir brauchen ja offensichtlich nicht alle Truppen da drüben. Ja, gut, wir haben Havanna. Nice. Schön. Alle kubanischen Staaten. Ne? What? Ne, hä, was? Alle, alle Staaten. Da. Zack. Runde beenden. Fertig. So, zeig mir nochmal. Also. Wir werden Bolivien bekommen. Ja, ich glaub, das reicht. Ich glaub, das reicht. Wir haben zwei Staaten übrig gelassen, die noch unabhängig sind. Ja. Okay. Pietro. Hau drauf. Massive aggressive. So, eine grauenhafte Offensive, bitte. Ach, weißt du was? Komm. Wenn man das selbst. 99 Prozent? 100 Prozent. Und Schweden hat kapituliert. So. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken. Also. Wir nehmen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Honduras. Also wir gucken. Ich mach's jetzt erstmal so. So, diesen, damit wir hier auf jeden Fall einmal einen garantierten Durchgang haben. Bolivien, Paraguay, Uruguay. Lass ich links liegen, kann sich die Achse holen. Ähm. Ähm. Liberia. Einfach nur, damit ich nie wieder irgendeine Einheit auf den afrikanischen Kontinent schicken muss. Afghanistan. Afghanistan, wenn die Achse sich das holen will, von mir aus. Tibet. Bhutan. Bhutan. Nehmen wir mit. China, weil es strategisch wichtig ist gegen Japan. Also wir haben 777 Punkte. Das heißt, wir haben noch Punkte über. Wir nehmen einmal die Schweiz. Wir nehmen Luxemburg. Weil ich da früher mal gearbeitet habe. Wir nehmen Irland. Einfach nur, weil ich nie wieder jemanden auf die Insel schicken will. Ich will sowieso nie wieder jemanden auf irgendeine Insel schicken. Deswegen nehmen wir uns die Inseln auch alle. Außer Südamerika. Das können wir von mir aus erstmal so ein bisschen lassen. So, wir schauen mal weiter. Habe ich Siam nicht angegriffen? Das ist richtig scheiße. Aber ich dachte, ich hätte Siam irgendwann mal angegriffen. Ich dachte auch, Siam hätte irgendwann mal kapituliert. Moment, warte mal. Ich sehe Siam nicht. Hä? Hä? Aber ich habe Siam auf jeden Fall doch angegriffen, oder? Habe ich Siam verrafft? Das war gleich... Ich muss nachher nochmal gucken. Hä? Ich dachte, Siam hätte ich. Egal. Gut. Wir nehmen auf jeden Fall... Doch, wir nehmen auf jeden Fall Dänemark. Weil du das gerne hättest. Obwohl die Frage ist, will ich... Ich könnte ihm theoretisch auch Dänemark lassen. Ja, ich habe davon eigentlich nichts. Wir könnten Norwegen, Schweden und Finnland marionetisieren. Was vielleicht gar nicht so dumm ist. Weil dann können die der SU ein bisschen Widerstand leisten. Und ich brauche mich nicht drum zu kümmern. Ich mache mal gerade ein anderes Lied. Bring forth the tanks heißt das Lied zwar, aber... I brought forth the tanks. Guck mal, gerade ist es eigentlich relativ günstig, dich noch mitzunehmen. Oder? Nee, eigentlich ist es recht teuer. Lass ihn mal da. Siam, Siam, Siam. Du machst mir aus irgendwoher gerade einen Strich durch die Rechnung. Eber egal. Okay, wir müssen das jetzt vergessen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich Finnland und so, ob ich das als unabhängigen Staat haben will. Im Idealfall machen wir hier natürlich nochmal eine fette Verteidigungslinie. Wir haben noch ein bisschen was an Punkten über. Mann, das sind wir gerade. Alle sind wieder ein bisschen kleiner. Ja, wobei wir könnten Finnland auch noch nehmen. Lass mich nochmal kurz so ein bisschen das Für und Wider abwägen. Schweden, Finnland und Norwegen werden en bloc mehr Truppen aufstellen können als ich. Ähm, sie werden einfach mehr, sie werden mehr Regimenter ins Gefecht schicken können als ich das kann. Ähm. Sie werden mehr Regimente aufstellen als ich das kann. Die Frage ist halt, ob die mir viel bringen. Ich habe dann eine Pufferzone gegen die Sowjetunion. Auf der anderen Seite kann ich hier oben aber innerhalb der nächsten zwei oder drei Jahre eine Verteidigungslinie errichten, vor der sich die Sowjetunion fürchten wird. Wo die sich so richtig abarbeiten können. Das müsste man dann mal gucken. Ich glaube, das ist die schlauere Variante. Ja, also weil ich denke halt, natürlich ist das möglich, dass Finnland und Schweden und Norwegen hier oben dann rumrennen werden. Ja, boah, ey, ich weiß nicht. Es ist ja noch... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht genau, was mir da mehr bringt. Also ich kalkuliere halt auch so ein bisschen die zahlenmäßige Truppenbalance. Weil die SU halt einfach so viel mehr Truppen hat als wir. Und die Achse hat auch viel mehr Truppen als wir. Auf der anderen Seite, die werden wahrscheinlich überrannt werden, Finnland, Schweden und Norwegen. Ich glaube nicht, dass sie der... Ja, nee, die haben der Sowjetunion, glaube ich, auch nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Die Stärke der beiden Länder hier in der Verteidigung resultiert daraus, dass sie hier sehr gut klimatische Bedingungen und natürliche Bedingungen ausnutzen können zu ihrer Verteidigung. Ich glaube, das werden wir versuchen auch zu machen. Jetzt könnten wir noch Dänemark mitnehmen. Was den Vorteil hat, dass man hier nicht so leicht von den Deutschen angegriffen werden kann. Man könnte auch hier eine schöne Verteidigungslinie hochziehen. Man hat selbst viele Häfen, um eine eigene Invasion zu starten. Ich halte das für keine dumme Idee. Okay, so. Es bleibt nicht so unglaublich viel für die Deutschen übrig, möchte ich nur mal sagen. Also sie können sich so irgendwas in Südamerika schnappen. Was sie wahrscheinlich auch tun, werden sie hier wahrscheinlich irgendwo eine Marionette errichten. Ja, und hier hört es auf in etwa 36 kostest du, ne? Will ich eher Saudi-Arabien? Ich will den Deutschen halt hier keine Möglichkeit geben, einen Meereszugang zu bekommen, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ja, wir machen mal dieses hier. Komm, Saudi-Arabien nehmen wir uns und dann schauen wir mal. Die Deutschen haben die Galapagos-Inseln übernommen. Okay. Sie haben Paraguay marionetisiert. Ach ja, ist ja interessant. Okay, wir passen. Ja, und dann war es das, glaube ich, auch. Wir könnten noch, äh... Ach, guck mal da, wir können noch mehr fordern, ne? Ich überlege gerade, wir könnten noch für die Deutschen, wir könnten noch den Deutschen Afghanistan geben oder wir könnten Afghanistan dem nationalistischen Indien geben, ne? Wollen wir, dass die Deutschen sich Afghanistan holen? Ne, die vasalisieren das eh nur. So, das kann ich jetzt so nicht beenden. Deswegen lassen wir das Ding da weg, erst mal. So, ne, du gehst zum nationalistischen Indien. Ich glaube, das ist okay. Ja, jetzt gibt es nix mehr. Paraguay übernimmt folgende Region. Chaco Boreal. Gut. Okay, aber ich würde mal sagen, da ist so ein Großteil unseres Planes aufgegangen, oder? Sehr süß. Italien hat 53 Regionen übernommen, nationalistisches Indien zwei Regionen. Deutsches Reich hat eine Region übernommen, Bolivien, Tibet, Bhutan, Nepal, Luxemburg, Volksrepublik China, Norwegen, Dänemark, Irak, Saudi-Arabien, Jemen, Oman, Finnland, Irland, Schweiz, Afghanistan, Liberia, Panama, Kolumbien, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Schweden, Uruguay und das nationalistische... Ah, ne, ja, Uruguay wurden übernommen. Das nationalistische Paraguay wurde zu einem Marionettenstaat. Mit 418.877 Ausrüstungsgegenstände beschlagnahmt. Damit würde ich sagen, sind wir doch das... Also wir sind ja schon seit einiger Zeit das größte Reich, so von der Fläche her, das die Welt hier gesehen hat. Aber jetzt haben wir auch dafür gesorgt, dass die Welt wahrscheinlich nur noch 15 Nationen kennt oder so. Das müsste man mal erzählen. Aber... Was war denn mit dir? Du wurdest eine Marionette von Japan. Shit, fuck. Das habe ich übersehen. Schade. Interessant. Okay. Wird gut. Ähm... Ich muss nochmal gerade überlegen, wie wollte ich das ursprünglich machen? Ich glaube, ich wollte das Deutsche Reich und Japan zuerst annektieren und dann erst im zweiten Schritt gegen die Sowjetunion kämpfen, weil ich da nur einen großen Gegner habe. Das wird etwas einfacher werden. So meine Überlegung. Ähm... Ja, haben wir hier schon irgendwas an Verteidigungsanlagen gebaut? Nein, aber wir haben ja genug Zivilfabriken dafür, ne? Wir haben jetzt noch anderthalb Jahre... Wir haben jetzt noch ein gutes Jahr Zeit, bis das Deutsche Reich der Sowjetunion den Krieg erklären wird, wie ich mal hoffe. Oder wir eben in den Krieg mit, äh, Schatten Adolf kommen. Das könnte noch eine Überlegung sein. Expeditionsdruppen brauchen wir nicht mehr. Das hat sich soweit erstmal getan. Wir warten noch eine Stunde ab. Tick ist vorbei. Wir haben Divisionen im Exil. Ganz, ganz viele auf jeden Fall. Äh... Der müsste jetzt weg sein, der Widerstand. Wir haben eine geringe Mannstärke, das ist auch wahr. Äh... Oh, wir haben noch eine ungelesene Flottnachricht. Sehr schön. Okay. Ähm... Du hattest noch Infanterie-Bataillone dabei. Oder Divisionen, entschuldigen. Und du wolltest dir mal hierhin zu den Russenklatschern schicken. So, dann brauchen wir einmal... Würde ich sagen... Eine Alpengarnison. Mit einem möglichen Angriffsbefehl in dieser Art. Oh, da steht schon so viel an der Grenze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Schiff. So. Du hast 24 Regimenter. Ich könnte da noch... ...nen neuen General gebrauchen. Ramorino. Möchtest du? Pack ihn mal da rein. Ja, ich glaube, das ist so. Ein ganz schöner Angriff. Wir wollen auf jeden Fall das Ruhrgebiet haben, weil ich will Köln kontrollieren. Ich will der Einzige sein, der hier auf der Welt Karneval feiert. Das ist meine Motivation. So. Und jetzt könnten wir uns überlegen, wo wir noch den Giovanni aufstellen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der Giovanni genau für einen Auftrag kriegt. Auf jeden Fall. Was ist das? Achso, weil du exiliert bist, ne? Ja, ja. Der Umbaldo, der bekommt auch so einen Frontauftrag. Verzeiht mir, dass ich jetzt noch hier gerade so ein paar... ...so ein paar fummelige Angriffsbefehle setze. Ich weiß, ich investiere auch immer zu viel Zeit rein. Aber ich möchte hier gerne vorbereitet sein. Die Frage ist ja natürlich noch, ob es sich lohnen würde, theoretisch. Hier gar nicht großartig in Angriff, sondern eher in Verteidigung zu investieren. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ach, hier sind meine Fallschirmspringer. Stimmt, die hatte ich ja auch noch. Wir haben hier so viele Flughäfen. Lassen wir bitte hier eine Verteidigungslinie. So, dann gab es ja hier noch... Ach, guck mal, die standen da alle schon im wahrsten Sinne des Wortes Fallschirm bei Fuß. Gut. Ich glaube, du kriegst auch noch mal einen eigenen General. Den Frederico. Ach, guck mal, die sind so... Die sind so scheiße ausgebildet. Habe ich die frühzeitig rausgeholt? Ich glaube, eigentlich hatte ich das nicht gemacht. Aber ist jetzt auch egal. Ja, elf Regimenter, ne? Das ist noch ein bisschen wenig für eine Seestreitmacht. Die stelle ich mal auch noch gerade hier auf. Ich dachte irgendwann mal, ich hätte mehr Marines. Muss ich gleich mal gucken. Habe ich eine ungruppierte? Ja, ich habe eine ungruppierte Einheit. Ja, ich glaube, das sind die Einheiten, die bei dem Landungsmanöver auf die Omme gekriegt haben. Weil das ist da leider häufiger mal so, dass dann die Truppen aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig eingerechnet werden. Aber wenn wir jetzt noch hier zehn Regimenter Marines bekämen, das wäre doch eigentlich auch eine feine Sache. Du brauchst übrigens ein anderes Symbol. Hier, so, pinke Flugschirme. Ich habe hier auch schon rüber geschickt. Jetzt haben wir noch hier, äh, die Kartoffelschäler. So als kleine Reminiscenz daran, dass wir Deutschen ja angeblich so super gerne Kartoffeln essen. Total. So, dass eine Truppe, die angeblich nicht weiß, wie sie da hinkommen soll, und sich stattdessen einmauert. Ich hoffe, dem Problem wird noch Abhilfe geschaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir 20. Ich muss nur gerade gucken. Ach, Mist, ich kann da oben gar nicht richtig, äh... Ich kann da oben gar nicht richtig die Einheiten aufstellen, ne? Äh... Hier muss ich doch irgendwie sagen, dass du... ...dahin sollst oder so, ne? Ne, doch nicht. Was? Hier. Da, das kann ich doch so auswählen, genau. Das ist doch schön. Ja, da muss ich noch meine falschen Springer trainieren. Und wir sehen uns im nächsten Teil. Es tut mir leid, dass ich so viel rumgeschwadroniert habe über die, ähm... ...über diese Frage jetzt, ob ich Schweden oder Finnland oder Norwegen annektiere. Aber ich glaube, die Frage war nicht ganz so unberechtigt. Äh, tatsächlich haben die Deutschen mir eine Insel weggeschnappt, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn sie da ihre gigantischen Armeen stationieren, dann ist das halt so in Herrgots Namen. Jetzt habe ich eigentlich noch gar kein Ziel fingiert, ne? Aber wir haben jetzt nur noch zwei Staaten in Südamerika, gegen die wir Krieg führen müssen. Und, ähm... Ja, Siam müssen wir uns noch angucken. Das ist ein bisschen schade, das ärgert mich. Ich dachte, die hätten kapituliert. Aber vielleicht haben die per Event... Vielleicht haben die ein Event gekriegt, dass die zum Basalen von Japan wurden. Ja, das müssten wir uns jetzt auf jeden Fall mal angucken. Jetzt sind wir ja natürlich so ein lustiger Dreibund. Und, äh... Ja, jetzt gibt es die Seule, jetzt gibt es die Achse und das Novus Imperium Romanum. Wer wird da wohl gewinnen? Denn ich bin gespannt, ob wir es schaffen können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Und bis dann wünsche ich euch erstmal alles Gute. Und sage, macht's gut, bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne. Ciao.